Ich befürchte, es wird kein Zucker schlecken. Ein Haufen Schnecken. So, da kennt man einen Eingang. Oh! Oh, die Schattenburg. So, damit wissen wir mal, wo wir sind. Oh, was haben wir da? Krabbelvieh. Pilze. Blüte. Wo war denn da die Gnade? Hätt, wo kommst du her? Ganz unaufgefordert. Da ist die Gnade. Da haben wir zur Gnade kommen. Am besten über die Stufen. Was ist voraus? Vorsicht vor Überfluss des Todes. Überfluss des Todes. So. Na gut, die Gnade haben wir ja schon einmal. Gehen wir mal die Burgenmauern einmal weiter. Da haben wir. Du bist mir nicht bekannt, oder? Oh, oh, oh. Das ist wie ein Vergang der Hälfte. So. Heute hat da bissl was aus. Ja? Hab problem. Euer Speihaf. Ja, komm, bittchen. Speibt ihr auch noch da? Hab? Ja, komm, bittchen. Der Kandidat hat 1000 Punkte Warte mal, Schriftstück Wir dauern springen Oh, keine Ahnung Starker Feind voraus Damit bist du ja dummant Ah, das ist ja gemein Der Huck auf den Hut Ah, das ist gemein auf der Mauer Ah, da kust der gar nicht drunter mal dumm her Hose in die Hose des wahnsinnigen Baffemöers Oh, das schaut nicht gesund aus da unten Genau deswegen gehen wir runter So, Freunde So, meine Magic ist leer Ah, shit Bäh Ja, nix gescheits Oh Oh Da haben wir doch Pferden da Oh 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 So. Das hat alles zusammen. Nix. Na ja wenig gebracht. Sagen wir mal so. So. Aber kommst du mit dem Pferdlauf oder was? Pferd. Probier ich jetzt auch nicht das. Achso, außerdem gibt es ja da kein Pferd. Achso, aber wenn ich zu dem hinten umme will, muss ich doch über die Mauern gehen. Wo wird das gemeint sein? Oh, da muss ich aber weit über die Mauern. Das Objekt. Nein! Ok, verkackt. Definitiv verkackt. Ist doch egal, oh, die Hupferei geht mir hier am Zag. Was ist das denn? Keine Gegner. Was nicht immer bimmeln, oh. Ich habe die Guided Schädel. Jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich vergiftet. Mist voraus. Da habe ich ja Gegengift. Ne, schaut nicht so aus. Na denn? Oh, da gibt es ja noch was zum holen da unten oder? Bin ja schon vergiftet, ist ja egal. Oh, da haben wir noch so einen Zauberer. Ah, 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 ah. Ah, du bist ekelhaft. Ah, 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 ah. Aber die Vergiftung ist überstanden. ich denke mehr wie der dunkel schmiedstahn ist da hinten oder der schmiedstahn ist eh nicht gewesen wollen wir den zauberer da schon erledigen zapp zapp so schauen wir doch auf na er heilt sich ich heil mich auch das war knapp bleib woanders hin und 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 Bleh! Bleh! Zombie! Ah, mit Heilung schaut halt schlecht aus jetzt, Magie habe ich noch einen, wenn es noch ein damischer Zauberer, das allein, den abstehen, oder? Jawohl, Miedelsterne gibt es da genug, aber nicht den richtigen. So, haben wir die Burgenmauer gecheckt, dann gehen wir jetzt die Leiter hoch. Ja, aber die Tante brauche ich nicht bekämpfen, weil ohne Heilung wird eine Hypatie. Gut, das könnte oben noch ein paar Partikel werden jetzt eine Heilung. Oh, starkes Gift. Gibt mir einen Heldrank. Ah! 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 das ist ein Füller von dir her da sollen wir nix riskieren dann wir gleich mal so machen so machen wenn er nicht späbt haben wir den auch gleich nimm mir nen Trank alter das ist gemein geleg kommt einfach ums Eck hätten wir schon im Kopf und dann Und von mir ist die ja nicht immer genug. Ja, gegen die Fähne. Ah, da unten ist noch was, ja. Boi! Ah, hätte ich schlagen müssen. Wird sperrt er sich ja gleich. Junge, geht es doch nicht gut? Ah, ich muss jetzt erst rechts nachgehen. Ne, gleich rechts nachgehen. Das werden wir auch beschossen. Ah, ich muss jetzt erst rechts nachgehen. Das werden wir auch beschossen. Was betet denn er und was soll ist da oben? Ja. Blöd. Ich komme nicht da aufhören und da komme ich auch nicht da aufhören. Aber wahrscheinlich geht irgendwo ein Leiter aufhören. Woraus. Woraus. Woraus sind meine Runen. Das ist sehr schlecht. So, du Kollege, du komm auch so jetzt doch. Das kannst du holen. Noch einer. Hey, Alter. Lass es später. Hui, was ist das? Ah, das ist ein bisschen stärkerer. Solange er allein ist, ist er mit dem Katana-Katema. Valkyren-Prothese. Was ist das? Prothese, ist das ein Waffen oder was? Köpfe der Familie, das ist ein Waffen. Alles klar. Boah. Da, wo es das Prothesen ist. Ob wir Runen einlösen? Puh, keine Ahnung. Muss ja mal wirklich schon in Ruhe. Was ist das? 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 Eine Prothese der einarmigen Valkyre. Schlüsselobjekt. Also damit kann ich jetzt nichts machen. Aber ich hab's. Falls ich es später brauch. Und wahrscheinlich werde ich es brauchen. So. Hier hätte er gerne Pferd. Der Pferd war nicht, ok? So. Was haben wir da unten in der Gatsch? Das ist super neu. Hey! Entschuldigung, wir wollten die nicht aufwirken. Ah, kein Magic mehr. Das hat sich ausgebimmelt. Sag bloß, du hast das gehört, den Wirbel. Oh, ich steck fest. Im Gift. Nein, Träuen. Boah. Lagerplatz voraus, daher rechts versuchen. Das ist Lagerplatz. Oh. Oh. Ehrlich, Gnade heißt das nicht Lagerplatz. Oh. 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 Leiter klingt so noch weiter, aber ich weiß noch gar nicht, was ich bis jetzt versammt habe. Muss ja auch noch einiges. Müllpferd. Oh, großer Freund! Ich bin nix Freund. Boah! Er hat Rad komplett durch. Alter, was ist denn das für einen nöden Vieh? Boah! Boah! Was ist das für ein Viech, Alter? 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 colvi... Was stimmt conscience? Es ist kein Sekt. Wow! Da wäre der... Oh, da kommt sogar einer los. Schwert des Rheinfäuleritters. Okay. Ha! Moment. Weil es da unten gar nicht weiter geht bei den zwei Gegner. Ich sehe da auch kein Geheimnis da unten. Ja, ja. Bimmel, bimmel. Falle voraus. Das war keine Absicht. Das war Falle. Das war Falle. Das war keine Absicht. Das war Falle. Ja. Den habe ich gesehen, den Typ. Oh, ne Falle. Da seid ihr die Fallen. Oh! Oh! Okay, das ist Damage... ...und voraus. Fernkampf. Damage ist in den... ...in der Burg schon etwas höher, ja. Ist doch kein Hund! Ey, yo! Komm her! Ah, da ist doch ein... ...200! ...und ein paar Hunde! Oh! 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 Die Hunde ist ja schuld schon wieder! Äh, falscher Weg. Dieser Weg. Ah, da ist gar nicht hin! Ah, ja! Diesmal nicht! Ah, diesmal eher wieder! Oh! Mal, da waren denn noch mehr? Das war schon mal... ...und zwei, zwei... ...und zwei, drei... ...und zwei, drei... ...und zwei, drei, drei... ...und drei, vier, vier. Der überlebte... ... ganz genau, ganz knapp! possibly... ...und drei, vier, 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 vier... Ich hab gestorben... 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 Nein, so, ne? Warte auch mal, wer die Falle, gell? Na da unten, na da oben... Wasser! Ah, hey! Okay. Heilen, nicht heilen. Heilen. Oh, Hund. Komm her, Hund. Ma, visier on! Glaubst du nicht wieder einen halben Ballkampf für den Hund verschießen? Ich muss mich heilen, der Kind muss ich mich heilen, das ist nichts. Noch zwei Hunde! Halleluja! Hattenburg ist nicht mehr so witzig. Woah! Das ist ein vielleicht größerer Hund, ja. Wo war noch ein Dritter? Wo bist du hier? Hui! A Gnade wär nett. A Gnade wär echt nett. Abkürzung voraus. Abkürzung! 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 schneller hoch jetzt hey hoch oder runter oh 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 vorsicht vor todes hallo statue gar gnade vor dem boss kann ich alles wieder herlaufen ist zwar abkürzung aber der wein kann man nicht vorstellen dass ich den boss da jetzt schaff elma von den dornen so elma ja 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 Hei! Oh! Ah, jetzt kann ich mich nicht mehr hängen. Oh, der ist machbar. Definitiv machbar. Ah, Marika. Außer er hat noch eine extreme zweite Phase. Schauen wir mal. Oh, Marika. Sehr gut. Hallo, Elmar. It's me. I'm back again. Hey, Skatana. Ich liebe es. Wow. Der war nahe. Nein, ich hab mich lieber. Der war's, was der für eine Rack genug hat. Ich hab mich nicht mehr. Ich hab mich nicht mehr. Ich hab mich nicht mehr. Oder was? Okay, unterschätzend der Winnet. Der hat ein paar Tricks aufloggen. Die hab ich noch nicht gesehen. Die hat die Rack genug ist. Ich hab mich nicht mehr. Ich muss aufpassen, er richtet den Melun hier hin, Alter. Mir richtet er gleich wieder hin. Vorher, vorher, vorher. Boah. 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 Hey, tut er ein Schwert weg. Alter, das ist geil. Absoluter geiler Gegner. Wow. Alter. Vermutlich kriege ich jetzt ein Schwert, wenn ich das sieg. Wird am Rücken. So, Nebel. Geist. Zauberloch. Ausweichen. Hellfloschen herrichtet. So. Ah, ich hänge fest. So, Abstand. Kopfflösschen macht Agro. Zerschlagen. Okay. Zerschlagen. Aus. Hell. Sehr gut. Machat. Machat. Warte, da geht sich noch einer aus. So, jetzt brauchen wir da Magic. Ah, das wird der dann. Okay. Jetzt holen wir hin. Jetzt holen wir hin. Jetzt holen wir hin. Woo. Henkerschwert der Marais. So, ein Großschild. So, nice. Nice. Ah, schau, da ist die eine, oder? Ipava voraus. Liebe, oh Liebe. Ah, Leiden, umso mehr Gefahr anbieten. Hätte ich nur ein Zweihändig. Oh. Ah. Oh. 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 Vielen Dank.